schön dass ihr da seid danke fürs einschalten wir hängen in so einem tollen wassergebiet in dem ich nicht wirklich rumlaufen kann lambo grüß dich schön dass ihr alle da seid schön dass ihr am start seid es freut mich auch sehr dass der ein oder andere von youtube hierher gefunden hat es macht mir sehr viel spaß und natürlich macht es mir auch sehr viel spaß euch das auf youtube bereitzustellen so der dicke das ist eine miese nummer hier du bist eine miese ratte ich bin zu schwer hoppla ich muss mich noch leichter machen ouch das war dumm ok hat noch funktioniert ne immer noch zu schwer 70 prozent hieß es 70 prozent wo sehe ich denn das sehe ich doch hier gar nicht ach da und rechts unten cool ok schau mal an da muss ich dann nicht immer testen das ist das ist geschickt das ist sehr gut aber ich habe schon eine recht leichte hose an was ist denn hier noch so schwer die handschuhe 3,6 ok nun Leute, kann ich ja kaum was anziehen. Hmm, habe ich noch obenrum irgendwas, was noch leichter ist? Nee, es fehlt nicht mehr viel. 70,3. Jetzt hat. Okay. Er haut schon wieder irgendwo in die Tiefen des Wassers. Ah, ich... Ah, die Brutzler. Hör auf zu brutzeln, bitte. Zu hektisch. Zu eilig, zu hektisch, zu viel. Nee, 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 nee. Dich habe ich gesehen, Freundchen. Nein. Ach. 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 Hey, hey, komm. Lords of the Fallen habe ich tatsächlich mal angefangen zu spielen und habe mir gedacht, das kann doch nicht sein, dass dieses Spiel so schwer ist und habe nicht gecheckt, was es ist und habe dann wieder aufgehört. Nein. Ne, den Alten, das Alte habe ich gespielt. Was brutzelt sie denn jetzt von da hinten? Oh, komm mal her, du jetzt. Oh, kann ich auch. Oh, komm. Wir haben gesagt, du wartest, bis ich deine Freundin gekillt habe und dann fängst du das brutzeln an. Warum habe ich irgendwas angezogen, dass ich die jetzt nicht mehr mit einem Hit kille aus irgendeinem Grund? Nicht mehr rutzeln. Fuck off, ey, dass die da hinten jetzt kommt und mit ihrem... Nee. 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 Wo kommt der dritte jetzt her? Welchen habe ich hier vergessen zu killen? Ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Okay. wo kam jetzt dieser war dass der hier ist der noch mitgekommen weil ich den nicht gekillt habe kam der dann plötzlich irgendwann möglich nein brutzelt er mich doch nicht an ey das ist eine miese nummer wieso mache ich nicht mehr wieso sind die nicht mehr one shot okay ja wir schlagen am gegner vorbei das war der plan zu früh hin was macht er denn jetzt na bitte geht doch aber schon wieder zwei flakons an den ersten fünf gegnern benutzt welches spiel wäre auch was für mich dass ich hier an dieser dämlichen kante hängen bleibt ne mortal shell ah ja das habe ich auch gesehen sah auch mega cool aus wo kommt der neue auf einmal her stehe ich nicht keine ahnung von wo da hinten jetzt noch mal einer kommt den ich da der sonst bisher nicht kam wild ganz wild gut ja 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 so versuche ich mich an dem ich habe eigentlich auf diesem steg an dem man runterfallen kann rechts und links wo kein wasser mehr ist Nee. Gibt es hier einen anderen Weg nach da hinten, dass ich hier nicht an den beiden Brutzlern vorbei muss? Hey, ja, wir hauen am Gegner vorbei. Nice. Der Plan. 1A-Plan-Spiel. 1A-Plan. Hey, wir hauen am Gegner vorbei. Wuhu. Ohne, dass ich eine Taste drücke. Haut das Schwert sonst wohin. Aber es macht einfach so brutal viel Schaden, dass ich gerade aktuell echt lieber das Schwert hier benutze. Nee, wir haben da einen Brutzler, der mitmischt. Das vermeiden wir. Ha, 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 ha. Er haut einfach komplett in die andere Richtung, ne? Jawohl. Oh. Ohne, da war einer. Ohne, da war einer. Wow. Ohne, da war einer. Ohne. Vielen Dank. reinigt untote mit heiliger essenz okay bisschen sachen werfen verschmelzen mit umgebung was tut der den habe ich noch nicht benutzt okay und es nützt mir einfach gar nichts es nützt mir einfach gar nichts weil sie schießen sie brutzeln mich trotzdem ist das blöd was für ein scheiß wenn sie nicht sehen wie du dich bewegst ja das ist okay alles klar ich dachte ich werde unsichtbar ja es ist so stoff geil ich weiß gar nicht ob ich mich mit dem dicken da überhaupt anlegen muss wenn ich hier hinten rum gehe wahrscheinlich nicht aber das der den ich immer übersehen habe ja das war der den ich übersehen habe oh man den habe ich am anfang auch immer gekillt gehabt für ein arsch lass mich hier rüber ah der dicke kommt okay na dann komm mal her ja ey ohne witz irgend so ein bastard von da hinten der dann meint er müsste mir und von der anderen seite der karte ist die 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 wenn ant Der Zorn muss raus. Oh Mann. Komm jetzt. Aber dann muss es auch noch einer mit der dicken Keule sein. Das sind die schlimmsten von denen. Ja. Ach, wir hauen mal wieder daneben. Hm. Okay. Okay. Shit. Nein. 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 Ihr sollt nicht brutzeln. Es kann doch nicht wahr sein, dass ich an diesen ersten fünf Gegnern jetzt hier am... Kann ich hier vielleicht irgendwo vorbei, ohne gebrutzelt zu werden? Oh, da ist einer. Okay. Okay. Alles klar. Mir ist alles lieber als gebrutzelt zu werden, ganz ehrlich. Mit euch habe ich gar kein Problem. Nein. Er brutzelt mich vom anderen Ende. Nein. Er hat überlebt. Oh, jetzt... Oh, dann sterben sie mal. Oh, dann sterben sie mal One-Shot, dann wieder nicht mehr, dann muss ich... dann bin ich einen halben Meter zu nah, dann wieder einen halben Meter zu fern. Aber ich probiere jetzt den neuen Weg. Also den neuen, den... den Weg hier lang. Mal gucken. Ich hatte jetzt das Gefühl, dass ich hier etwas angenehmer durchkomme. Neh! Halt's Maul, du da hinten. Hau nicht auf den Gegner drauf. Klar, hau irgendwo ins Nirgendwo daneben. Genau so wollen wir es. Das ist genau der Plan. Das ist das Beste im Spiel. Wenn man einfach nicht den Gegner haut. Den man anvisiert hat. Hier ist nochmal so eine Tür, für die ich das Zeichen des Königs brauche. Oder? Sehe ich das richtig? Was ist das hier? Das sieht irgendwie aus wie ein Schalter oder so. Keine Ahnung. Oh Gott. So, Griffelow. Wie haben wir es? Ah, nice. Ich komm, ich komm da besser durch. Ich komm so besser durch. Oh, wunderbar. Hallo. Hier bin ich. Willst du nicht? Doch, du willst. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, 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 ja. Der Sepp hat schon, hat das schon, hat da schon recht. Da hat jemand geplaudert. Boah, mit 50% hier, ne? Ne. Nein! Okay, also, da rechts kommt dann der Brutzler und der gleichzeitig. Aber bis dahin komm ich jetzt schon mal da hinten rum besser als auf dem anderen Weg. So, bis fast da vorne kann ich laufen, ohne dass mich hier irgendein Brutzler anbrutzelt. Ja. It's your Daniel. Du weißt auch oft, wer das war. Ganz genau weißt du das. Ich weiß nicht, wie oft du nachgefragt hast, ob ich denn jetzt nicht endlich mal nach dem Ring geguckt habe. Hey, hey, wir hauen am Gegner vorbei. Das war's. Aha, hier fängst du das Brutzeln an. Nein, ist gut jetzt. Hier wird nicht mehr gebrutzelt. Ey, wir hauen am Gegner vorbei. Die zweite. Wuhu, geile Waffe. Mit Seligen, für die drü und euch know, war's. Die drüben nicht mehr woher gebar. Die drüben ist. Wir régen, wir launchen vielleicht nicht mehr in die drüben und die drüben. habt ihr das gesehen ich habe mein stick nicht berührt jetzt tot man danke meine fresse mann 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 scheiße hier ist eine kiste zwölf bis 15 mal lernen wenn das jetzt eine mimika gewesen wäre euer orkan ok gut also ich hatte gehofft ich komme irgendwie nach da hinten bestimmt kommt man da auch irgendwie hin wahrscheinlich hätte ich da vorne vielleicht weiterlaufen können ich weiß es nicht ich versuche mich irgendwie dadurch zu schummeln hm hier brauche ich muss ich jetzt tatsächlich was machen weil anders sehe ich es gerade wirklich nicht hoppla der pfeil fliegt weiter als ich dachte ja dreh dich um so schnauze hier komme ich nicht hoch hallo darf ich bitte danke ok oh nein 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 er haut schon wieder woanders hin so ne kacke ey so ne kacke ey dass er dann einfach 90 grad nach links jetzt mal ehrlich ey das ist voll die geile waffe für den arsch in so einer situation ich drücke extra nicht auf den stick ich mache am controller nix und drücke nur waffe benutzen man ey aber ich muss sie jetzt spielen weil sie so viel schaden macht verdammt verdammt schon wieder ihr habt es gesehen was nach rechts was nach links hat ah 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 das 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 Darf ich mal bitte dich hauen jetzt, ohne gebrützelt zu werden? Ach, fuck off, ey. Oh. Nein, nicht ins... Oh, das war knapp. Was soll das? Was soll das? Was? Warum geht die Waffe einfach sonst wohin? Du hattest keinen Spaß hierher. Durch die Frames, Hölle. Ey, er ist weg. Nein, ich hab ihn so oft gekillt, dass er weg ist. Nein. Was ist das? Also die... Ich will ja eine Waffe mit viel Schaden. Das ist geil. Aber nicht eine, die random in alle Richtungen prügelt. Warte mal. Ich hab ja noch was. Stimmt. Wes? In diesem Leuchtfeuer nicht möglich. Ach, schnauze. Das 25 Frames. Wait. Der ist auch schon weg. Der auch. Lol. Okay. 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 So, ich bin ja momentan super heavy. Warum? Weil ich den Bogen drin hab. Ach, Leute, ey. Du sitzt vor dem Fernseher. Cool. Ey, du. Ne, das mit den... Mit den Frames, das... Ich hab das... Die Korrektur danach gelesen. Für uns und dann das oben. Also alles easy. Durch die Frames, Hölle auf der Xbox. Okay. Ja, gut. Wenn ich die hier schon so oft gekillt hab. Jetzt müsste auch der Kleine hier vorne weg sein. Ja. Du dürftest dann auch nicht mehr allzu lange da sein, denke ich. Stopp! Hör auf, mich zu verprügeln! Oh, ich hasse diese Keule. Ist da hinten tatsächlich ein Boss? Ne, das ist jetzt wieder so ein... Das ist jetzt wieder so ein... So ein Fake-Kommentar. Oh, ich hasse diese Keule. Dann gucken Sie an... Diese verdammten Homing Missiles Steckt sie euch sonst wohin Hier war doch irgendwo so eine Kröte da Und da vorne ist nochmal eine Oh, wir zubbeln uns in 180 Grad haben wir diesmal eine Drehung gemacht Oh, nochmal daneben gehauen, haha, geil Scheiße So, der Dicke ist immer noch da Ist der Kleine hier links noch da? Ne, der ist jetzt weg So, Dicke Du kannst auch nicht mehr allzu lang da bleiben So lang kann es nicht mehr dauern Ach, jetzt kommt der dritte Schlag Okay Jetzt kam wieder nur einer Hallo Hallo, hauen Danke Fuck you Jetzt kann ich dir eine geben Und haue ins Nirgendwo Und wir hauen vorbei Bye Die da dem They did They did Da-de-da-de-do 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 Mann, ey Schon wieder drei Flakons verbraucht, ey Schon wieder ins Nichts gesprügelt. War hier nicht irgendwo? Doch, da sitzt einer. Nee, folgt leider nicht der Kamera. Theoretisch folgt es dem linken Stick, aber auch nicht immer so richtig. Ich habe den linken Stick nicht in die Richtung gedrückt. Dadi, dadido, dadi, dadido, ababel, dadido. Sagen die das nicht? Die sagen doch die ganze Zeit, hababel, dadido. Ich habe auch schon gar nichts gedrückt. Jetzt gerade eben wieder. Jetzt hatte ich Glück, dass es so halbwegs in die richtige Richtung ging. Nichts gedrückt, aber das Schwert geht dann einfach so schlong, falsche Richtung. Was macht der Bogen besser oder schlechter? Nichts wahrscheinlich. Hoppla. Hehehe. Ey! Nasenbär. Nein! Hab da die Bär da, du! Hab da die Dade da! Hab da die Dade da! Hör auf! Hab da die Dade da! So, jetzt kommen hier tatsächlich beide, wenn ich die anschieße. Scheiße. Fuck, hier muss doch irgendwo ein Leuchtfeuer sein. Ist wirklich da hinten in der Ecke ein Leuchtfeuer? Das wäre doch saudumm, oder? Falle ich hier runter? Ist hier irgendwo eine Kröte? Nee. Hahahaha! Wuhu! Ach ja! Geil! Random! Random Schwertstreich! Am Start! Let's go! Hab da die Dade da, du do! Hab da die Dade do! Scheiße. Feuert die Lady links, wenn ich jetzt die beiden unlog. Ich will nicht nochmal nach hinten laufen. Komm du mal her. Oh, wir zubbeln uns neben den Gegner. Wuhu! Geil! Super Damage! Geil! Kein Damage für Tassilo! Wuhu! Bang! Daneben! Zackapau! Mann ey! Das ist doch kacke! Aber ich muss jetzt diese Waffe spielen, weil das die einzige Waffe ist, die die Gegner hier Two-Shot macht. Oder One-Shot teilweise sogar. Hahahaha! Hahahaha! Tassilo würfelt bei Dungeons & Dragons immer die Eins. Oder hier in Dark Souls in dem Fall immer die Eins würfeln. Jaja. So ist das. So fühlt sich's an auf jeden Fall. Oh nein, ich hab dich angelockt. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Du hast Bock mich zu verprügeln. Weil ich einen Meter zu nah gekommen bin. Alles easy. Komm her. Wir machen das hier. Wo wir uns beide ordentlich bewegen können. Und du nicht einen Vorteil dadurch hast, dass... Hahahaha! Ja komm jetzt! Ach ja, jetzt können wir's auf einmal ganz schnell wieder... Ach ja, jetzt können wir's auf einmal ganz schnell wieder... oder wenn du das alleszustellen. Die... Wir machen das hier. Wir machen das hier. Ich bin ganz schnell. Ich bin ganz schnell wie vor der Ahmadine. Wir machen das hier. Ich bin ganz schnell. Ich bin ganz schnell im Moment. So nämlich Warum bist du eigentlich noch am Leben? Ist halt Dark Souls, ne? Das ist ja wohl Quatsch Das Schwert ist kacke Aber das Schwert ist geil Habtadadados Komm, hau zu Was? Komm jetzt Häng da nicht so rum Sondern komm zu mir Okay Achso, ich hab wieder den Bogen drin Da hab ich wieder ne unendlich schwere Rolle Jetzt Nee Nee Muss nicht sein Wir haben wieder ein Ich visiere den Gegner nicht angehabt So Wo wir jetzt hier Also hier sind zwei Boys im Wasser Zwei Kröden im Wasser Eins Zwei So So Dann haben wir hier noch ne Kröte Und eine hinter dem Pillar Hinter dem Pfeiler Der da steht Oh, da ist noch ne Kröte Hallöchen Hallöchen, Krötchen So Kommst du Naja, der eine kommt Okay Können wir machen Können wir machen So So Die Blutmoskitos Ja Und ein paar Phantome Hey Bloß nicht Erwähnt die Bastarde nicht Hab da Hab da Hab da Hab da So Wir haben hier wieder Ein Griffelow Okay Da hinten ist nur ein Loot Lege ich mich jetzt mit dem Griffelow an In Dem Da hinten ist nur ein Loot Scheiß drauf Mach ich nicht Ihr Schweine Ja Hab da Hab da Schießt jetzt leider auf mich Ähm Dann müssen wir mal ganz kurz Den Kollegen mit dem Bogen anlocken Den da Ist das der? Ja Schieß ich Wetten in die Steinwand? Ne Sehr gut Komm mal her du Jetzt können wir uns um Hab da Die Dado kümmern Weil die anderen beiden Die kommen ja noch nicht So der da hinten kommt auch nicht Also Kommst du vielleicht alleine? Ne Yes Oh Scheiße Danke Okay 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 Nice So Hab da Die Dado Du triffst mich ja nicht Wenn ich jetzt hier ans Ans Nebeltor gehe Ach Kein Boss Das wäre jetzt wirklich auch der Horror gewesen Ganz ehrlich Ey Nee Nicht die Ausrüstung kaputt machen bitte Oh Da ist ein Feuer Nice Hier sinkt schon wieder einer Oh Endlich Oh Fortschritt Was ist das? Ne Lass mal Ne Wir haben gesagt Lass mal Nee Nee Ah Da hätte ich vielleicht einfach nackt reingehen sollen Hm Shit Ach egal Ich wurschte ob ich mit oder ohne Rüstung hier kämpfe Oh nee Hab da de Dado Ist wieder am Start Und hab da de Dado Hat sich hier sogar vor mir versteckt Mist Da komme ich nicht rüber Oder? Nee Das ist zu weit Shit Achso Jetzt bin ich hier Jetzt bin ich hier drüben Oh man Sag mal Ja ist ja gut Ich hab gemerkt Dass du hinter mir her bist Du musst aber nicht weiter hinter mir her schleichen So meine Rüstung ist am Arsch Ach Scheiß drauf Lassen wir es Ah sie trifft natürlich Klar Trifft sie Weil sie hat ja Homing Missiles Hab da de Dado Invasion von Finstergeist La Nice Lass mich durch Und einfach saupfen bitte Aha Nee Du blöder Sack Mach die Tür zu Kann ich Ich kann nicht die Tür zu machen Bleib draußen Er macht sie wieder auf Scheiße Ich hab gesagt Bleib draußen Ach Mist So ein Depp Kann ich mit dir reden Ich hätte dich auch prügeln können Ich kann dich anvisieren Aber dann rede ich erstmal mit dir Ähm Was war das? Warst du nicht die Lady die gesungen hat? War das jemand anders? Vier Flakons Rüstung am Arsch Na gut 13.000 Seelen Ah hi Ja Hast du mich bemerkt Okay Äh Können wir bitte nicht Solche Dinge machen Oh nee Kann ich dir nur vorne Schaden machen Uncool Oh Autsch Ja Ich kann ihm nur vorne dran Schaden machen Ach nee Warte mal kurz Gibt es hier auch noch Löcher In die ich fallen kann Ich hoffe nicht Sonst bin ich verloren Okay Komm her Ja Mach nur dein Ding Damit bin ich Einverstanden Ach komm Ah Mist Ey jetzt aber Komm Anlass mich dich noch einmal hauen Nein 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 Oh Gott Oh mein Gott War das knapp Gier 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 Die Gier hat Gnadenlos zugeschlagen Yes Let's go Nice Sanges Dämonen Seele Und eingebetteten Schlüssel Eingebetteten Schlüssel War das nicht der Schlüssel Für den Typen da oben Das war doch der Schlüssel Für den da oben Für den Ähm Finde ich jetzt ehrlich gesagt Nicht so cool Dass da so einer rumsteht Da sinkt immer noch jemand rum Oh guck mal was da steht Ja Leute Da ist ein Leuchtfeuer dahinter Darf ich dich bitte verprügeln Danke Das ist noch eine Kiste Ist mir erstmal egal So Hi Ja achso Ja ja Machen wir das auch mal kurz Ähm Hatte mir noch irgendwas gefehlt Ne Gehen wir auf Leben Passt Oh ich sehe gerade Ey Ich bin schon wieder voll drin Ich bin schon wieder so Gnadenlos drin Danke fürs Einschalten Und bis zum nächsten Mal Wir machen nahtlos dort weiter Ich denke ich werde mal gucken Was diese Lady auf sich hat Die da oben mit dem Aufzug Und diesem komischen Schlüssel Wo der eine Typ da vor ihr hing Das wird es wahrscheinlich In der nächsten Folge geben Schaltet also auf jeden Fall wieder ein Bis dahin Tschüss